Der Fremdling Der Fremdling, ein Vortrag von Immanuel Markus, 10. Oktober 2023 Lange vorbereitet vom Licht geht der Fremdling, unerkannt, zwischen den Menschen. Er fällt höchstens auf durch seine Werke, die vielen hundert Vorträge und Gespräche, die die wachen Seelen warm oder aufwühlend erfasst. Er ist ein Fremder, weil sein Leben nur dem Willen aus Gott folgt. Bereitet er den Menschen Freude oder Abneigung in allem, was er tut. Sein Leben gehört nur Gott, seinem Willen Immanuel. Das unterscheidet ihn alleine von den Menschen oder spaltet ihn ab von Normaldenkenden. Gleich wo er den Fuss aufsetzt, dort kommt es zur Auslösung. So wie der Mensch in diesem Augenblick dachte, so ist die Auswirkung bei demjenigen stärker oder schwächer, dem hellen, hohen oder dem niederen, dunklen hingezogen. Er löst aus, wo er seinen Fuss hinsetzt. Aber auch alleine durch seine Strahlenkraft wirkt er ein in Geschehen, die jetzt zur Auslösung kommen müssen. Und das sogar auch übertragend in die Weltengemeinden. Es sind die Strahlungen, die aus dem Fremdling ja sogar fühlbar hinausdrängen, hingezogen auf Gleichart oder das Dunkel in die Schranken weisend und auch um nur wenige der Schar noch zu treffen, um dadurch die Strahlungen auch loszuwerden. Denn sie erneuern sich ständig schnell im Gesandten, der einmal ein Fremdling war. Er wird nun stärker und stärker, sichtbarer für die Suchenden und Berufenden. Sie kommen mit ihm in Kontakt, nehmen seine Strahlung auf. Die gewonnene Kraft führt sie zum ersehnten Ziele hin, bis zum Erwachen eines Jüngers oder Apostels. So sonnen sie sich auf ihrem Posten. Aber dann lässt ihre Empfindungskraft nach. Sie zweifeln und grübeln. Das Dunkel schleicht sich geschickt ein und nimmt die Berufenden gefangen. Nur deshalb, weil sie alle die Fühlung zum Gesandten verloren haben. Denn wer sich nicht täglich müht, als Berufender die Empfindung zu Immanuel Markus aufrecht zu erhalten, trachtet, durch die empfindsame Fühlung zu ihm wird abfallen. Wenn ihr euch mir nicht recht empfindet, könnt ihr mir nicht folgen und die Schöpfung nicht erfahren. Dann werdet ihr nach und nach abfallen, wie eine überreife Frucht vom Baum. Weil die geistige Ansprangung täglich gelebt werden will, nur die Empfindungswachsamkeit hält den Berufenden aufrecht im Denken und Handeln für das Licht. Wird die Wachsamkeit gelebt, bindet sich der Berufende an den Menschensohn. Er nennt sich Menschensohn, weil er auch in dieser Strahlung steht, als der verlängerte Arm von Immanuel. Seit dem 30. Dezember 2021 näherte sich ihm, dem Gesandten, auch Abdrugin. Ab dem 9. Dezember, September 2023 ist auch Abdrugin ganz in der Nähe als Berater, aus der Feinstofflichkeit wirkend ihm an der Seite. Das Licht gibt nun alle höchsten Helfer auf den Plan, damit der ausserwählte Diener von Immanuel im Körper von Immanuel Markus erfüllen kann. Durch seine feinstoffliche Hülle des Löwen, ein Ritter von Parzival, ist er auch der lichte Streiter für alles, lichte Kriegerische. Ich werde mit meinen Ausführungen keine Rücksicht nehmen auf Unverstandene oder Zweifler. Sie werden immer etwas finden im Verstande ihres beschränkten Gehirns, zum Aufwiegeln meiner Aussagen. Ausgelöst durch deren Schwäche sind sie offen für Gedanken, die im Raum sind, diese aufzunehmen und verhängnisvoll als ihre eigenen zu betrachten. Sie verfallen der Gedankenwelt der Aufwiegler, Verführer, Täuscher und Magier, grobstoffliche und feinstoffliche. Das macht sie zu Gegnern und sogar Feinden gegen den Gesandten. Tatsache ist, ich bin außer Welt, eine Schar der Erdenmenschen zu führen. Eine kleine Schar wird mir folgen, bis dann später die 144.000 bei mir stehen werden auf dem neuen Berg. Nach der grossen Reinigung gehen sie in das Amt, jeder in Freude und Frieden. Erfüllen sie ihre aufgetragene Aufgabe in immerwährendem Glück. Gleichzeitig wird auch durch das Zurückbringen der kleinen Schar die Wunde im geistig-wesenhaften Kreislauf der Schöpfung wieder geschlossen. Damit erfüllt sich auch der aufgetragene Wunsch ab Druschin sein Werk im irdischen Zuvollenden. Heute aber muss sich jeder Berufene bewähren. Ohne ein rücksichtsloses eigenes Prüfen seines Standes, sich bekennen zum Löwen, dem Geschaffenen, der euch führt, kann er nicht aufgenommen werden als ein neuer, rechter, wahrhaftiger Mensch im Friedensreich. Es braucht weit mehr, viel weit mehr, die vollste Überzeugung zu ihm, Immanuel, und dann auch zum Auserwählten, dessen verlängerte Arm er ist, zu Immanuel Markus. Euer eigener Gradmesser ist, so wie ihr euch mir empfindet, täglich, so wird euer Berufensein sich zeigen. Dann nehme ich auch eure Gabe mir zu eigen. Das alleine ist euer Messen, wo es steht zu mir. Wenn ihr fühlbar euch mir entfernt, wird sich die Gabe entfernen. Wenn ihr euch aber mir fühlbar nähert, wird die Gabe immer stärker erblühen, und ihr werdet die geistigen Früchte unter die Menschen tragen. So erfüllt sich euer Wunsch. Euer Geloben im reingeistigen Reich muss nun sichtbar hervortreten. Immanuel Markus Geiment herμην ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.